Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Deep Rock Galactic Okay, ich mach mal die Mission an, damit... Und zwar machen wir jetzt diese... So! Sturz des Bruchs! Machen wir jetzt... Oh, das passt auch, ne? Ingenieur, ich schätze es schwer... Sehr schön! Fehlt eigentlich noch ein Ganner... Und dann wäre es perfekt... Ohll, das geht nicht mehr genau! Oh, da geht nicht mehr... Oh, das hat ganz kurz von Leckdradion hier heim... Oh, da geht nicht mehr, ne? Oh, das hat ganz kurz von Leckdradion hier gehört... Wir haben den Eier sammeln müssen, sonst war es auch selber heute Das war ja gerade schon der Zonzer, Mist, immer so Was ist das? Geh'n roll! Alter, ich bin ja echt noch unschuldig, ne? Wie komme ich denn da ran? Okay, müssen wir erstmal irgendwie was hinbauen, damit wir da näher ran kommen. Okay. I want that key. Okay. 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 We have a hell of a blip heading your way, team. Get ready. Combat positions. The swarm is here. What are you doing here? I think we're going to do it here. I think we're going to do it here. I think we're going to do it here. We're going to do it here. What is this, the swarm? What? I'll hit the first one. It's the field. Also wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir nicht die großen Euren sammeln. Ja, ich bin unschlüssig. So. Ähm. So. 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 die späschung erinnern das wird sich großartig machen, oder? ich denke, du hast ihn gucken, oder? Das geht aber hier gerade durch. Was hält mich denn hier auf? Nein, 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 nein. Ich hätte jetzt schön den großen Dicken gemacht. Das wäre Spaß gewesen. Wie sieht es aus? Voll verpeilt. Ich muss noch da. Ich muss noch da sein. Ich muss noch da sein. Ja, das muss ich schon gar nicht bewegen. Ich häng schon da irgendwo fest. Ja, das muss ich noch nicht bewegen. Schrieg über mir! Ja, das ist schon der Karte! Hier sind wir richtig! Da ist es! Ja, das ist schon der Karte! Ja, das ist schon der Karte! Ja, das ist schon der Karte! Alles klar! Noch ein Ei und dann war's das! Warte, du willst bestimmt eine Plattform haben? Aua! Das war... Äh, das war voll den von mir! Okay, so! Letztes Ei! Genau hinter mir! Diese Richtung! Da lang! Da lang! Also... Da lang! Da lang! Da lang! Da lang! ARD Text im Auftrag von Funk All eggs collected, management will be pleased. Escape part button is activated. Incoming! Smoke him if you got him. Get out of here! Come on, put it! Reloading! Nitro has been withdrawn. The supply part is inbound. I'm not going to die. I'm not going to die. I'm not going to die. Everybody connect! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Was ist das? ZOOM Was ist denn da? Was wird das? Was ist das? Was ist das? Ah, hier. Oh, hier. So meine Lieben, hinein in die Lote Stube Sehr schön, feine Sache Das war's mit dieser Mission Abgeschlossen Fein, fein Ich dachte schon, einer ist dort wieder, aber nein Komm hier, kick in Sturz des Bruchs So, das war's gewesen mit dem Sturz des Bruchs Jetzt fehlt nur noch eine Mission Erinnere Und dann haben wir's, ne? Würde ich sagen Auf jeden Fall schonmal, vielen Dank fürs Zuschauen Genau, eine fehlt jetzt noch 3 von 4 Vielen Dank fürs Zuschauen Das wird auf jeden Fall diese Mission werden Oui 3 Hier 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 Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü view Wir говорят, dass jeder Tag im Werf Ergrüß ist Um glaub ichgeld Ihr denkt nein.